Ich habe in letzter Zeit viele Goldpässe verschenkt und immer wieder kommt die Frage auf, wie macht man das überhaupt? Das möchte ich euch in diesem Video mal zeigen. Also wir sind jetzt im Supercell Store, den erreicht ihr unter store.supercell.com und jetzt ganz wichtig, dort meldet ihr euch natürlich mit eurer Supercell ID an, die dem Account gehört, mit dem ihr die Goldpässe verschenken wollt. Ja ganz genau. Ihr könnt natürlich auch einen Pass Royale verkaufen oder einen Farmpass verschenken, das geht natürlich auch. Also, wir möchten aber einen Goldpass verschenken, bedeutet, wir gehen jetzt hier unten mal drauf, einmal Goldpass, 7,19 Euro. So, da sehen wir das jetzt, dann klicke ich da drauf, deswegen nehmen wir jetzt nur einen. So, einen Goldpass und dann steht das da, was für ein Spielkonto habe ich denn da? Natürlich Fredo Naut in diesem Fall und gerne auch meinen Creator Code MBF eingeben. Das hilft auf jeden Fall sehr und dann kannst du jetzt hier unten noch sagen, womit möchte ich denn bezahlen? Und dann machst du das und dann geht's weiter. So, wir sind jetzt im Spiel und jetzt ist natürlich die Frage, wie siehst du überhaupt, wo der Goldpass ist, wie viele Goldpässe du hast? Das ist ganz einfach. Also wir gehen jetzt hier auf das Zahnrad bzw. die Zahnräder, mehr Zahl, dann hier auf verbunden und dann auf meine Spiele. Und da sehen wir das jetzt, das ist ja der Fredo Naut-Account, den habe ich jetzt auch wirklich nur hier bei Clash of Clans. Bitte, ganz wichtig, eure E-Mail-Adresse und so weiter niemals weitergeben. Niemals E-Mail-Adresse oder sonstige Sachen weitergeben, ganz wichtig. Und jetzt habe ich hier noch 7 Goldpässe. Warum? Weil ich ja noch die Goldpässe verschenken muss für die Leute, die da gewonnen haben. Da habe ich mir ja extra eine Liste gemacht. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ganz wichtig auch noch, du musst mit demjenigen einen Tag per Supercell-ID verbunden sein bzw. befreundet sein aus Sicherheitsgründen. Falls halt wieder einige fragen, warum kann ich den Goldpass nicht direkt verschenken? Du musst einen Tag mit demjenigen per Supercell-ID verbunden sein. Also jetzt bin ich hier in der Freundesliste und ich weiß, dass der Felix einen Goldpass gewonnen hat. Da gehe ich jetzt drauf und hoffe natürlich jetzt, dass er auch, ja, dass wir schon lange genug befreundet sind. Also einen Tag oder mehr und dann einfach da auf Spenden gehen. Dann steht da Felix ES einen Goldpass spenden. Dann drücke ich natürlich jetzt auf Spenden. Und dann sieht man, dass da ganz eindeutig versendet. Der ist jetzt gespendet worden. Das also dazu, wie man bei Clash of Clans einen Goldpass verschenkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Fragen dazu gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns in einem neuen Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ganz kurz noch eben, ich habe nämlich jetzt schon bei Fredonaut vier der fünf Goldpässe aus diesem Account verschenkt. Ein Account fehlt noch für Iceberg Gaming. Das bedeutet, ihr seht es jetzt eindeutig, vorher hatte ich sieben Goldpässe. Jetzt habe ich nur noch drei. Es funktioniert also auf jeden Fall. Und für weitere Verlosungen CraterCode MBF eingeben und dem Kanal folgen.